servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch einen test die honey badger von funke zum allerersten mal habe ich sie endlich habe ich es geschafft preis findet ihr unten in der video beschreibung ich habe sie bei röder feuerwerk bestellt ja 30 gramm edm insgesamt fünf stück sind hier drin wir werden denke ich auch alle fünf testen es wird spaß machen es wird hoffentlich wirklich richtig richtig abgehen ich bin sehr gespannt wie gesagt ich hab's ja noch nie qualitätstechnisch sollen die aber sehr sehr gut sein es steht halt auch funke dahinter mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen kategorie p1 muss man sagen ist das ganze eingeordnet und ja dann hätte ich gesagt legen wir los honey badger von funke viel spaß funke honey badger ich bin sehr gespannt zum allerersten mal für mich mal schauen was die teile können sieht man schon gar keine visco da ist er los geht's ultra laut nächsten hinterher die teile sind brutal und noch den letzten also wirklich wahnsinnig gute teile honey badger von funke wirklich sehr zu empfehlen ja ich hoffe das video hat euch gefallen dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video macht's gut videos